und macht das klob macht das status hat den spieler von seiner nachteiligen ein um ein heißt das geld Die Jürgen braucht das Geld. Ja. Dann zieh ich von hinten mal. Da. Hey, ist aktiviert. Oh, ja. Ich brauch mit Gegner. Könnt ihr es mir doch schon zeigen. Nur bei den Fisselchen. Okay. Kommt mal ja dahin. Ich aktiviere ihn mal. Und Action! Ja, mein schöner, süßer Drache. Ja, das war's. Hast du überhaupt deine Jürgen schon mal aufgewertet, dein Mech? Äh, nur auf fünf. Ah, das ist echt schade. Ja, kann ich machen, ey. Ja. Für die nächsten Gelegenheit, ich kann ihn kaufen. Ich hab dir doch die Frieden gegeben. Ja, liegt auf der Bank. Dann, wenn du es brauchst, weißt du, liegt das auf der Bank. Dann müssen wir vorm Boss halt dann. Komm. 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 Geh. Stern. Entschuldigung. Ich dachte, das ist immer so schlimm. Ich dachte, das ist immer so schlimm. Das sieht so toll aus, aber man sieht mich ja noch ohne. Unten sieht man, noch, wie ich die Dinger versucht auf zu plötten. Und Monomarte. Und Monomarte. Sehr hilfreich. Für mich. Ja. Für mich eher weniger. Ja. Löcher sind da jetzt. Und Telepieper. Oh. Oh. Jetzt machst du mit deinem Schwert genau so viel Schaden wie ich mit meiner Hand kam. Oh. 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 Das gehört jetzt nicht hier hin. Das gehört jetzt nicht hier hin. Das muss doch gar nicht wissen. Nee, das ist doch... Unrelevant. Richtig, das ist wirklich unrelevant. Haben Sie ja nichts beim Spiel zu suchen? Oh komm, dreimal mies, was soll ich denn sagen? Okay, man sollte sich auch mal rumstellen, dass man schießen kann. Und sich nie treffen lassen. Töten ist abgehauen. Ich habe ja kein Mulfried mehr, aber dafür habe ich es alle gekillt. Ich habe mitgeholfen, ja. Na, ich habe dir auch geholfen, aber da werde ich jetzt wieder verstecken. Okay. Ich muss in die Wand schießen, ne? Was ist das? Oh, warte. Gerade verloren, wie der Eindruck kommt. Dass wir gerne mal in den Rest liegen, ja, ne? Äh, ja. Weil du gegen so komischen Balken läufst. Weil ich manchmal mit der Kamera zu kämpfen habe, ey. Echt nervig. Schlimm sowas. Das ist echt schwum, natürlich. Das Ding ist gleich schon wieder aktiv, ja. Krass. So, letzte Ebene. Ja, jetzt kann ich aber die Lölfe nehmen. Ja, wenn ich jetzt noch ein Vieh hätte. Ich würde jetzt hier auch schon mal reinpassen. Ich würde jetzt hier auch schon mal reinpassen. Oh, hallo, ich habe schon geheilt, hallo. Ja, ich habe schon Wir hatten nur noch die Punkte getroffen. Hört das auf jeden Fall auf? Warte mal, warte mal. Ich muss mal getroffen werden hier. Wie fühlt sich das? Komm. Tuck mich. Ich soll mich hier stehen, ich kenne mir auch ein paar Fahrungspunkte ab. Komm, schlag mich. Und. Jetzt sieht man mich in meine Pose. Los geht's. Der war ja gerade der da stand. Der hat mich gezeigt. Und dann. Ja, schon wieder so ein Sound. Trapfisch. Also ich bin weg. Ich bin weg und erledigt. Jetzt sind wir wirklich echt und erledigt. Ja. 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 Nein, der Fallscher. Komm. Dennis, du schaffst es. Ja. Auch nicht. Wenn er mal den anderen anvisieren würde. Wie viel Leben hat er denn? Ja, wir sind auf Doppeltype HP. Kannst du zweit spielen. Hast du gern fliegen? Hast du auch gern fliegen? Ja. Ja. Dann geh dann erstmal raus. Dann lass ihn erstmal weglaufen. Aber hier im anderen kann man künken. Da bocke ich dich aus der Tür raus. Wie kommst du denn da rein? Guck, jetzt bist du raus. Hey. Meine Fresse. Woll. Du kriegst ja erstmal nicht die Masse. Machst du deinen Trick? Du mit mir auch gezeigt hast. Was? Achso, er ist mir jetzt dann... Was für ein Trick denn? Was für ein Trick denn? Was für ein Trick? Den hier. Mit dem du mich nicht wiederbeleben kannst. Ja. Weißmeister neckt vorrangig, ne? Genau. Uncool ey. Einmal richtig uncool. So, meinst du? Boah, wenn die Gerüller mich weitergehauen hätten, hätte ich wieder aktivieren können ey. Schon mehr als über... Mehr als die Hälfte ist schon wieder... Aufgeladen. Star Automaser und Moon Automaser. Beide verbraucht wiederbekommen. So lässt sich das doch bewegen. So, schon zweimal... Ich hab Dinge aktiviert bekommen. Richtig genial. Was ist da drin? Oh, ich bin voll. Oh, es sind jetzt mal drei. Ich bin very full. Am actualistie für ihr? Oh, weil ich es sicher nicht trägt. An sword ist mir. Communications sind nicht mehr drin gewesen. Adämpft minha Säonder. Ich bin voll klar. Also, es ist nichts票. Aber wichtig ist nicht möglich. Aber nicht kann pronunciation sein. Und jetzt kann es ihr weiter ausわ coined, Ey, ich war erster. Ich hab gewonnen. Ich bin voll, ich kann nicht vermissen. Ich bin ein Gegner. Ja, viel Glück, ich habe hier viel Glück zum Hain dabei. So, jetzt muss ich mal bitte eben ein bisschen raus. Danke. So, dann sollte ich auch so hochgehen. Jetzt hab ich schon genug, wenn ich hier. Ich glaube, es ist ein bisschen heißer. Bevor ich aber, dass ich hier abgedrungen kann. Sollte ich mich mal verlegen. Oh, die gehen ja schon... Aber die sind ja noch nicht mit dem Wander. Aber die Böge noch nicht. Ah, ist da Wander? Ja, was ist das hier? Ja, was ist das hier? Ja. Oh, endlich, ey. Ruhe. Die Ruhe vor einem Sturm, ne? Ah, das ist so ein komisches Küken. Also, ich kann auch nichts mehr aufnehmen. Ich bin... Daher die Lieferwartung für dich hier. Ach, okay. Ah, kann ich auch noch mitnehmen. Machst du jetzt?